Bereits seit zehn Jahren kämpft die Aktivistin der Punkbed Pussy Riot, Maria Ali Hochnia, gegen Wladimir Putin. Jetzt soll sie aus Russland geflüchtet sein. Als Essenslieferantin verkleidet, wir sehen sie hier links im Bild, entkam Ali Hochnia zusammen mit einer Freundin der polizeilichen Überwachung. Die New York Times berichtet, dass sie sich inzwischen in Vilnius aufhalte. Sie sei mit einem Auto über Belarus nach Litauen geflüchtet. Ali Hochnia wurde 2012 mit ihrer Bandkollegin Toli Konikova zu zwei Jahren Straflager verurteilt. Sie hatte in einer Kirche gegen Präsident Putin protestiert. Unter anderem Demonstrationsaufrufe für den Kreml-Kritiker Nawalny wurden mit Freiheitsbeschränkungen bestraft. Sie durfte ihre Wohnung nachts nicht verlassen. Immer wieder gab es auch Schikanen von Sicherheitsbehörden. Unter anderem Demonstrationsaufrufe für den Kreml-Kritiker.